Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dreadsvision Folge 2. Heute wird es bei mir tiefgefroren. Loach. Nichts ist tot, was ewig liegen kann. Ah, die Oblanzerber bequen jetzt. Ah, die Oblanzerber bequen jetzt. Ah, die Oblanzerber. Neues Ergebnis. Ergends reingeschaltet. Hoch in den Zentrum. Die Goldmedaille reingeschaltet. Durchschlägt 3-Ball-Niveau. 23 und 38 Medaille. Level 7. Level 8. 3000 Karrieregeld. Raider Direct. 3-Ball-Niveau. Jetzt geht's weiter mit von Dreadsvision. 4-Ball-Niveau. 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 Solange es sich nichts bewegt, passiert nichts. 4-Ball-Niveau. 4-Ball-Niveau. 5-Ball-Niveau. 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 Das war's für heute. Wenn du siehst lieber in deinem Mund, du schlägst Swag wie Ocarina O2. Level 9 1000 Pfundes Karrieregeld gesammelt in luftiger Höhe Fliege wie ein Adler und Schürze wie ein Lemming Nein, ich mach es noch mal. Ne, ich muss nach vorne fliegen. Ah, ich weiß nicht. Bronzemedaille wenigstens. Wurfen im Zentrum Trainingsprogramm 3 Wie wäre es mit ein paar fortgeschrittenen in der Mitte des Nieders? Ja. Wurfen Sie die Samsohra-Industrie. Lver 3. Willkommen zurück, Tiger. Today, wir lernen einige advanced technik. Auf einer steepen Hälfte, fang es schnell. Lean forward, und nicht pressen die Gas pedal all die weg. Okay! Hier ist ein wichtiger Punkt. Der Bunnyhop. Auf der Seite der Gap. Pull zurück, um die Vorwahl aufzunehmen. Dann schaue schnell nach vorne, um sich in die Luft ein bisschen zu knutzen. So, die noch so mein Wink hat nicht lustig. Ah, ah, ah... Ah... Oh... Nein! Einige Objekte können sich verletzten. Die Fähigkeiten verletzten zu ihnen, wie Sie. 3. Randizenz Level 10 Outfit Außenseiter Wolkenkratzer Showdown Ok, Wolkenkratzer Showdown Sie drehen sich bei Son und Akan Sie drehen sich bei Son. Sie drehen sich bei Son und Akan Sie drehen sich bei Son und Akan Sie drehen sich bei Son und Akan Sie drehen sich bei Son. Geh! Ja, ja! Da hat er dir die Silbermedaille gewonnen. Du schlägst Kanini 1.24. Pass Level 12. 2000 Karriere Geldgewonnen. Wettes Luftschiff. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. K. Du schweigst in Eing. Das ist der K Schreie. Siehe! 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 Wetteler zu fangen. Ja, ich muss das nicht arbeiten. Werden Sie mit dem Weg? Werden Sie mit dem Weg? Siehe! Wie immer das steht. Er ist so spannend? Du schlägst Swag! Da las's dann, Alter! Das ist mir auch gut! Nein? Ach, was denn? Du schlägst Swag! Für alle, für alle, Ich bin ein Auto, dann hast du sogar mit einer gewonnen. Also ich bin 38 mit einer. 2.000 verriere Geld gesammelt. Hafenhype. Du erfährst einfach voll auf Wasser ab. Tja. Ja, Mahlzeit. So geht's aber. Ja, Mahlzeit. So geht's aber. So geht's. Every time you fall, I have to be too, you know. It does. Ja! Du hast die Silbermodal hier gewonnen. Level 13. 3.000 verriere Geld gesammelt. FMX-Training pro Pfand. Lernen, wie man Skisky-Style-Tricks ausführt. Welcome to the Samsara Industries Wind Tunnel. Hi. Use the tunnel to practice the new and amazing FMX-Tricks. Rotate your wagon legs to the correct angles and hold them there for a second. Try pulling off the trick you see on the display. Don't do it. 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 Stop going. 2.000 keep the damage raised. 5.000 more points. 5.000 more points. Ich bin super, Mann. You return to your bike. How about another trick? Excellent! Ruler, I'm the ruler of the world. Cool. Excellent. Okay, let's try one more. Okay, let's try one more. 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 Let's try one more.